...schauen. Ernsthaft? Ich hab zwölf neue E-Mails? Puhu. Was? Frohe Ostern? Du was? Inaktives Stück. Also, Blue Bear ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank. Löschen. Jährlich 747 ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. Die nette Kitten ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. Jana, the Streamcookerin, ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. Xkuli LP ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. KillerBendy04 ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. KnatterOzzi ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. Isaac00 ist noch voll in your Twitch. No following you on Twitch. Vielen Dank dafür. Hör auf, so ein Scheiß zu machen. Löschen. Luftflug 91 ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. The King Tahrir ist noch voll in your Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. Löschen. Marcel, was hier ist noch following you on Twitch. Hör auf damit, Alter. Du brauchst mir nicht bei jedem Stream siebenmal followen. Krass, Mann. Löschen. So, das auch löschen, 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 löschen. Alter, was geht denn hier ab? Ach, Carlotti ist noch following you on Twitch. Was? Fuh, warum bist du unfollowed? Krass, dann ist noch following you on Twitch. Alter, fick dich. Guten Tag zu 21 ist noch following you on Twitch. Vielen Dank dafür. Löschen. Brad Pitt ist noch following you on Twitch. Haben wir da unten noch? Also bitte, ja. Mir follow Brad Pitt. Was will man mehr? Vielen Dank dafür. Nicht löschen. Doch, das wird auch gelöscht. Weg damit. Bam. Ey, also ich würde sagen, der Stream heute oder hat sich gelohnt? Also eigentlich müsste ich langsam, glaube ich, die 200 durchhaben. Hier ist ich ein Zweust, die lachen. Nein, ich lache mir nicht ein Zweust, die lachen Säzid rein. Eiskalt und bitter. Ähm. Ich wüsste jetzt trotzdem gern mal, wie viele Follower ich jetzt habe. Das interessiert mich gerade. Habe ich die 200 jetzt? Habe ich sie nicht? Vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Oh. Dadel, die Scheiß, Alter. Habe ich es geschafft? Ich weiß nicht. Ich habe es geschafft. Wuhu. Da höre ich mich an, wie der gute Super Mario und, äh, nebenbei heiße ich auch noch Mario. Yeah. 200 Follower, bitch. Na, bei mir steht 201. Ich kenne einfach fast einen Namen. Okay. Wieso nicht? Okay, die 111 Nachrichten von Skype werde ich jetzt einfach mal nicht lesen. bei mir 89. Ähm. Alle mal aktualisieren drücken. Oder einfach mal über 9 Tab starten, weil über 9 Tab stand jetzt bei mir 201. Boah, bis der Arzt kommt. Ja. Beste Motto aller Zeiten. Kein Schaß. Ohne Scheiß. Ich stopfe mir jetzt nochmal eine gemütliche Kippe. Quatsch, das ist währenddessen irgendein Scheiß, der mir gerade einfallen. Okay, dass ein Skype waren, glaube ich nicht. Nein, das erwart ihr nicht. Aber ey, ich bin jetzt richtig fame. Erstens hat Red Pit mir gefollert. Zweitens, ich habe 200 Follower. Yeah. Und jetzt fällt mir auch nicht mehr ein. Immer noch am Spielen. Nein, ich bin nicht mehr am Spielen. Ich mache gerade so irgendwie die Schlusssequenz, Einleitung, Kack, Dingens. Weiß was ich. Nerb, 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 nerb. Also, das heißt, ich stopfe mir gerade ne Kippe, bin damit auch schon fast fertig und werde dann gleich erstmal den Stream ausmachen und... Ich kriege noch mehr Skype-Nachrichten. Lass mich in Ruhe, ey. Was ist denn falsch mit euch? Das war ohne Witz. Vor... 10, 4... 14 Stunden hatte ich nicht eine Skype-Nachricht. Oh, warte mal. 15 Stunden sind es mittlerweile. Fuck. Warum streame ich 15 Stunden lang? Bin ich bescheuert? Krass, Mann. Ey, wie soll ich denn das Ganze schneiden? Ich nehme die ganze Zeit eine durchgehende Aufnahme auf, weil ich mir dachte, ja, die schneide ich dann später zu Recht und so. Oh, nö, ey. Ich glaube, ich baller einfach eine 50-Stunden-Aufnahme auf Twitch drauf. Äh, Quatsch, auf YouTube drauf, und dann ist gut. What's Follow Level over 200? No, Brad Pitt ist das... Ey, ich meint ein Brad Pitt-Folk. Was willst du mehr? Ein Brad Pitt. Ja, stimmt, ein Brad Pitt. Äh, ein Brad Pils. Ja, ich will ein Brad Pils. Wuuuuhu. Aber, äh, wie gesagt, ich gehe jetzt irgendwie zu meinen Großeltern, da erstmal ein schönes Steak fressen, und dann komme ich irgendwann wieder und mache den Stream wieder an. In ein paar Stunden. Und. Wow, ich stelle gerade fest, wie gut ich zeichnen kann. Krass, ist das Bild geil. Na, na, zwei-ständige Proportionen nicht so ganz gelungen. Aber ansonsten ist das Bild echt geil. Hm, egal, ähm, ich feier deine Stimme gerade so. Bei YouTube geht auch nur 10... Was? Bei YouTube geht nur 10... Ey, so ein Scheiß, ey. Ich muss ja auch noch schneiden. So ein Kack. Wenn du aufhörst, ist mir langweilig. Oh, das ist ja ärgerlich. Mensch. Und ich werde erstmal voller Spaß und mit Vollmäle am Duschen gehen. Ne, warte mal. Erstmal in Rauchen gehen, dann werde ich mit Vollmäle am Duschen gehen und dann, äh, richtig krass meine Großeltern besuchen, da richtig ordentlich Ostern feiern, fettes Steak essen und dann komme ich irgendwann wieder. Schneide es in zwei. Das Problem ist, ich kann das vom... dem Format nicht schneiden, aktuell. Ich kann ihn nicht mal öffnen, aktuell, indem ich diese Aufnahmen abspe... Obwohl, warte mal, ich kann das... Ja, doch. Ich kann das von Twitch direkt auf YouTube hochladen. Geil. So. Ähm. Knuddels? Knuddels ist immer eine Idee, wenn einem langweilig ist. Einfach auf Knuddels gehen, als Frau anmelden, Typen verarschen. Ist immer wieder witzig. Also, ich glaube, man muss sich nicht mal als Frau anmelden. Ich meine, man kann sich auch als Kerl anmelden und wird von Frauen angeschrieben, die sich als Kerl ausgeben. Aber ist ja egal. Ehrlich, Mann. Die ist erst zwölf oder so. Äh, oder er. Ne, er. Stimmt, er ist erst zwölf oder so. Der kennt Knuddels nicht mehr. Aber das kannte man vor zehn Jahren oder so. Ich weiß nicht. Oh. Ich weiß nicht. Kennt man heutzutage noch Knuddels? Ja, an der guten Tag 22 kennt Knuddels schon mal nicht. Das ist doch schon mal herrlich. Und der Blue Bear auch nicht. Äh, Blue Bear. So. Viel schöner. Und ich bin 16. Ich bin 23, du Arsch. Ja, vorhin warst du noch 24. Was stimmt da nur nicht? Mensch. Ich habe mich 2003 da angemeldet. Ja. Ich habe keine Ahnung, wann ich mich da angemeldet habe. Ey, war doch nicht lange. Alter, eigentlich. Dein Blue, bitte. Oder die Blue. Achso, achso. Die. Also im Sinne von, äh. Blue Bear ist ein Mädchen, glaube ich. Krass. Ich bin fast 12. Ja. Ich bin deine Oma. Sie, Blue, ist eine Sie. Achso, ne. Sie. Blue ist eine Sie. AAAAAAAH. Das ist eine Frau. Stan weiß es. Yeah. So. Ich muss jetzt langsam echt duschen gehen. Weil sonst komme ich zu spät. Also ich sage einfach mal vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die lustigen Stunden. Auf Wiedersehen.